. Aus In Show 3, dieses Dancing on Itze-Duo muss gehen. Dancing on Itze ist eine Show voller Spaß, Überraschungen und emotionalen Stories. In den vergangenen Folgen wurden die Zuschauer schon mit einer aufflammenden Turtelei und etlichen Verletzungen überrascht bei den Stars rund um Sarah Lombardi, 26, und Timur Bartels, 23, wird es einfach nicht langweilig. . Doch auch heute musste wieder ein engagiertes Paar die Eisfläche räumen, für Kevin Kurske, 40, und Myriam Leuenberger, 31, ist der Traum vom zukünftigen Dancing on Itze-Sieg geplatzt. . Im Skate-Off gegen Sarina Nowak, 25, und David Winkur, 34, mussten sich die beiden noch einmal beweisen. Mit dem Song To God At God Beers von Sam Smith, 26, legten sie nach ihrer ersten Performance erneut eine emotionale Show auf die Eisfläche. Dennoch entschied sich die Jury um Katharina Witt und Kale Kalei gegen den Sportler und seine Partnerin. Für diese Folge hatten die Stars zuvor das erste Mal ein Motto und eine Aufgabe von den Juroren bekommen. So musste jeder Promi in seiner Kür einen Solo-Auftritt einbauen. Kommende Woche steht wieder etwas Kniffliges für die Amateur-Eiskunstläufer auf dem Plan, wie Juroren Judith Williams, 46, verriet, Wir wünschen uns von euch, dass ihr das gesamte Eis nutzt, das eine Schrittfolge synchron nebeneinander gelaufen wird. Wir wünschen uns, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.